das ist komisch ja wird ausgeschaltet kann ich nicht sagen wäre ein bisschen komisch dann wäre es ja auch kein level farm ja du kannst ja auch cobblestone einfach massenweise sind fertig auch schon wieder tot könig die sich tot die schläft die macht nur ich die erst mal achte umsonsten erste blöcke sitzen ja krabbel das besonders mal klickt block wieder da haben wir gerade 37 wachs kommt ausbekommen 26 an die kampf und 9 23 wachs kommt haben wir fast dreieinhalb sechs und an die kampf was 236 so schon mal gut ach ich habe ein zack nee ach ich habe aus einer vergessen die bühne rauszunehmen dann machen wir die mal platt die bienen das war ganz gut damit aber meinst du dass das auch automatisch gehen würde es geht automatisch zumindest dass du die alles trennen kannst aber du kannst halt die nicht zusammenköpft das muss man nochmal per hand machen ja gut das ist egal würde auch automatisch heute ein paar mehr hin hatte mal welchen was hatten wir drauf doch auto auto workbench ist auf jeden fall da ob das funktioniert ist hat die andere frage ja wenn die nächste fertig sind gucke ich mal ich habe glaube ich noch eine auto ding habe ich weil ich ja mal gucken wollte ob das mit dem salz geht und mit den wassereimen und ganzen quatsch kann ich alle moment kommen durch schafft wird dabei ist nur ein schaffter hier kommt doch eine holzblock ja weil wir brauchen wirklich ein lager und auch da habe ich gerade was bekommen also wir haben jetzt viel zu viel schon von den ganzen so nos ist meinetwegen platz mäßig deswegen müssen wir das langsamer machen dass wir mehr platz haben ja ganz schön machst du ja schon ja ja können sie alles mal auf dem feld gelassen wir haben ja noch genug essen haben wir jetzt erstmal ich habe auch die bags noch voll das reicht erstmal da kann man noch mal ernten ich mache das gleich noch mal ein bisschen größer das ist ja auch ein block Weißer nicht. Doch. Aber das hattest du erzählt gehabt. Was? Oder? Nee, ich hatte. Oder hatte ich dir das erzählt mit Benji? Mit der Musik? Nee, du hattest mir erzählt, aber du wusstest nicht, ob du sie nehmen durftest. Äh. Von... Angequasselt. Von, ähm, Downstar, äh. Von Downstar, sondern Stardew Valley habe ich dir auch schon drin jetzt. Ja, die habe ich auch drin, ne? Ich habe schon Hunger. Ja, dann mach deinen ganz schön hungrig hier im Spiel, kannst du. Aber auch selbst schuld, wenn wir auf Hangwege nutzen, ne? Ja, ach, mich stört das nicht. Ich bin auch jeden Tag hungrig, aber hätte was anderes. Äh, ja. Achso, hier kann ich es eigentlich noch drin lassen, dann sieht das schön aus. Kann ich es eigentlich auch drin lassen, das passt schon. Das ist nur bei dem Bart. Das ist nur bei dem Bart. Das ist normal, die Spitzsacken, also aus der Heide. Haben wir Kohle? Ich mach da, glaube ich, auch. Schon wieder ein Pine-Ding gewachsen. Kohle, Kohle, Kohle. Könnten mal wachsen, die alten Bäume. Ja. Pine, Pine, Pine. Nein. Ah, ich brauch... Ah, fuck. Kacke. Kein' gechisselten. Ich hab zuerst Opfer verstanden. Opfer? Opfer. Das ist ein Opfer. Peine Wut. Apropa XP, ne? Eigentlich könnte ich das hier kurz dunkel machen und warten bis hier was spawnt. Und dann sterben. Oder einfach die Kohle weiter abbauen. Ja, oder die Kohle abbauen. Das wäre sinnvoller. Boah, dann manchmal gibt's gar keine XP daraus. Ist auch geil. Das ist das Spiel. Mhm. Das möchte dich ärgern. Ich merk's. Oh, aber würde ich auch machen. Ach, ich bin nicht. Hehehehe. Keine Kohle mehr. Kohle, Kohle, Kohle. Keine Kohle, Kohle, Kohle mehr. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, in den Wänden. Aber da hab ich kein Bock essen, zu klettern. Wie kein Bock. Kann ich machen. Nein. Doch. Nein. Sicher. Nein. Du musst dir hinspringen und dich hinhersten. Wie so ein Irrer. Ja. Den hangen, ne? Mhm. Das ist meins. Alles meins. Nicht so ein Mod. Was? Wurde dich mit... Hochkreis? So. Doch. Es gibt so Hooks. Ja. Gibt's aber bei... Hexet. Gibt's echt keine Erfahrung für... Gold und Eisen. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Ich bin dafür. Mal gucken. Ich brenne mit Clay und guck mal, ob dafür was gibt's. Für irgendwas muss es ja was geben. Das auch nicht. Bis Fleisch gibt's. Komm, dann brenne ich weiter Fleisch. Ja, mehr genug. Ja, vielleicht brennt doch mal Sand oder... Sand zu Dingen. Wir haben so viel Fleisch zum Brennen. Okay. Oh, das ist eigentlich so ein Hunger-Mod, ne? Ja, deswegen ja. Vielleicht... ...extra nur gemacht, dass du für Essen... Und das wir für Copper jetzt... ...XP kriegen jetzt halt, weil wir die Mod mit eingefügt haben wohl. Naja gut. Der war ja nicht drin. Naja. Das könnte natürlich auch sein. So. Ja, machen wir's so. Erste Wand. Jetzt haben wir noch die Wand... ...und die Pinewood. Dann wären wir fährt für das. Oh, ich brauche noch so wie Pinewood. Ah, die haben uns sichtbar gemacht. Ja, ich bin hinten in der Ecke. Fresh Updates. Achso. Ne, die sind nicht unsichtbar. Die sind halt nur Carpenters. Ja, oder so. Kannst halt noch nicht sehen. Draußen kannst du eigentlich auch welche hin tun, ne? Weißt du? Ja. Kannst ja unschalten, dass da nur Player detecten. Ja, ach Quatsch. Weswegen. Und draußen trotzdem brauchst du keine Knitzer. Und Zombies und so kommen ja trotzdem nicht rein. Und mich stört's nicht. Kannst ja auch betätigen. Bip, 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 bip. Okay. Und vorder Hund. Okay, gleich habe ich vier Erfahrung. Vier Erfahrung? Hm. Du meinst vier Level. Ja, vier Erfahrungspunkte. Fuck. Und jetzt habe ich Fisch in C2 drauf. Ich finde, glaube ich, die große mal in die Küche. Ob ich die jetzt da unten nutze? Die eine? Also nicht. Ist doch echt schwer. Ja, ne? Ist doch richtig, richtig schwer. Ja, ist nicht so einfach, wenn man so am Bauen ist. Oder ich mache sie hier hin. Und du machst da unten so eine Kammer hin. Hm. 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 Was? Was? 25 Erfahrungen, aha. What? Sind das ein Cheater? Unbedingt ein Cheater. Weil du jetzt zu viele Erfahrungenpunkte hast. Nein, das kostet 25 Erfahrungenpunkte. Wo haben wir mal? Wie willst du denn da Player Attack? Wie machst du es denn? Mit dem Hammer. Achso, auch nicht. Da bist du Hammer. Geht das? Auch nicht für Animals. Auch nicht für Players. Ja, könnte man machen. Hast du mal recht. Auch sonst weißt du mal recht. Yeah, ich hab recht. Juhu. Jetzt freut er sich den ganzen Tag. Ja, ja. Ich schrei, ja. Bitte lass es. Ja. Schrei, Kind du. Oh, ist die Musik laut. Und so ansteckend. Ja. Du das gebratene Fleisch in die Küche rein. Yeah. Yeah. Was war das denn hier für'n Stein? Wow, es war Karpet, das Stein. Was war das denn hier für'n Stein? Ja. Vielleicht du bist ein Held. Yeah. Aber nicht vom Erdbeerfeld. Nicht. Das ist immer gerade Musik leiser. Doch auf. Was denn? Aua. Mama hat mich gehauen. Weil nicht. Weinen nicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja. So, wenn du das hast. Die hab ich schon eingestellt. So, mehr hab ich momentan nicht. Die anderen sind ja egal. Wir nehmen jetzt mal einen Schaufen dafür. Ich weiß, ich könnte das ja auch hier oben machen. So. So. Carpenters. Jetzt noch der vier. Draus. Da war was drin, ne? Voll. Different players. Das. Okay. Top. Soll Sachen muss mal da rein. Das Ding auch. Das Ding auch. Brauchen wir jetzt halt nicht. Spizehack. 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 Ich benutze. Ich benutze extra Kisten dafür. Jeweils. Junge, Junge, Junge. Alle Kisten durchstöbern. Sand. Und. Die Textur von den Doors hier kaputt gehen. Wenn die aufgehen und wieder zugehen. Sieht doch gut aus. Dann hast du das Problem auch? Nö. Okay. Mal. 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 wirklich mal. Sojnen wir im Arm aus. Mosaik. Nehmen wir große Felder. Überlegen. Mabel. Mabel. Marble. Kannst du? Was? Überlegen kannst du? Jaa. Doch ab und zu. Sollte ich das können? Marble haben wir nicht wirklich viel. Doch. 58 Stück. Hä? drei stück bei mir aber auch diese knochenschaben und scharzen so was das da sind also knochmäh ist trotzdem besser als das andere als wenn wir das dünger nutzen werden das dünger da wirkst das halb zu schnell ja aber funktioniert ja auch bei den bäumen weil du dann eine baumstämme kriegst ja genau wie auch geärgert aus der vier stück zusammen kraft damit wieder einen block bekommen da kannst du lieber knochen habe ich auch weißt du was das probierst du hat den fertilizer ausnahm und den kompost das besser läuft aber jetzt manchmal nicht gelaufen ist mit dem wald ist jetzt irgendwas passiert warum kriegt er nur so halbe baumstämme daraus ja